Geht nicht auf Reichweite, geht bitte nicht auf Follower, geht eher auf Interaktion. Wir brauchen nicht mehr Tausende von Follower, wir sollten die schätzen, die sich dafür entschlossen haben, Zeit mit uns zu verbringen. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich extrem, auch wieder mit am Start zu sein und vor allen Dingen wieder mit meinem absoluten Lieblingsthema Social Media. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan und da wird sich auch in der nächsten Zeit noch einiges verändern. Deswegen freue ich mich, meine wertvollsten Gedanken mit euch teilen zu dürfen und das Ganze habe ich so aufbereitet, dass ihr am Ende auch mit Checklisten rausgeht. Das werdet ihr sehen, die Folien sind so gestaltet, da ist im Prinzip der perfekte Leitfaden drauf, damit ihr danach genau wisst, wie ihr meiner Meinung nach in der Zukunft Social Media führen dürft. Also durchaus mal einen Screenshot machen, damit es in Erinnerung bleibt. So, beginnen wir mal ganz vorne. Meine Reise begann mit Social Media 1988. Damals hieß das Ganze noch CB-Funk. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Damals ging es hoch auf den Berg, Handquetsche raus, um dann möglichst gute Reichweite zu haben. Zu Hause hatte man ein Stratogerät, eine Präsident oder ein Albrecht. Ich kann mich auch noch erinnern, eine Magnetfußantenne auf dem Autodach. Kein Witz. Und mein Vater hatte zu Hause auch eine 15-Meter-Antenne auf dem Dach und den Senderverstärker unterm Tisch. Der war so ein bisschen Grauzone. Der Brenner, so hat man das genannt. Und wenn man dann gesendet hat, hat es nicht lange gedauert. Da hat sich der Nachbar gemeldet und hat gemeint, mein TV-Signal ist weg. Also, schon damals ging es um Reichweite, eher um Kilometer. Heute jagt man der Reichweite nach Menschen hinterher, nach der Anzahl der Follower. Und Freunde, das ist das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben will. Geht nicht auf Reichweite, geht bitte nicht auf Follower, geht eher auf Interaktion. Und dazu habe ich euch eine Metapher mitgebracht. Die will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar hätte ich gerne, dass ihr euch etwas vorstellt. Und zwar hätte ich gerne, dass ihr euch vorstellt, dass jede Social-Media-Plattform im Prinzip einer Stadt entspricht. Okay? Also, nehmen wir mal an, Facebook ist Berlin, Köln ist Instagram und LinkedIn ist vielleicht Hamburg. Das ist mehr oder weniger euch überlassen. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr eine Möglichkeit habt, in dieser Stadt ein Ladengeschäft zu eröffnen. Das darf natürlich auch ein Café sein oder ein Indoor-Spielplatz, was immer ihr machen wollt. Und das entspricht einem neuen Account auf dieser Social-Media-Plattform. Ja, und wenn jemand reingeht in dieses Ladengeschäft und sagt, ich komme wieder, mir gefällt es hier, dann entspricht das einem neuen Follower. Okay? Das jetzt einfach mal bitte mal merken. Ist dieser Ladenbesucher dann im Geschäft und würde zum Beispiel mit euch in einen Dialog gehen, dann würde das einem Kommentar entsprechen auf Social-Media. Und das hätte ich gerne, dass ihr das bitte euch mal merkt. Diese Metapher hat mein Social-Media deutlich, deutlich verbessert und dafür gesorgt, dass ich viel mehr Spaß habe. Ich hätte gerne, dass ihr zukünftig reflektiert. Wie könnt ihr anhand dieser Metapher euren Social-Media-Account bzw. die Kommunikation optimieren? Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Frau, die hat ein Ladengeschäft tatsächlich und wenn da jemand reinkommen würde, ich meine, die sagen das nicht, man hofft das, aber wenn die jetzt sagen würde, hey, hier gefällt es mir, ich komme wieder. Was würdet ihr tun? Würdet ihr einfach nur schauen? Oder würdet ihr zumindest mal sagen, hey, das freut mich, ich bin übrigens der Calvin, woher kommen sie? Ihr würdet in den Dialog gehen, okay? Jetzt meine Frage an euch. Erinnert ihr euch an die letzten fünf Follower? Egal auf welchem Kanal. Kennt ihr die Namen? Habt ihr euch mit diesen Menschen befasst? Warum nicht? Warum nicht? Darum geht es. Wir brauchen nicht mehr Tausende von Followern. Wir sollten die schätzen, die sich dafür entschlossen haben, Zeit mit uns zu verbringen. Okay, daher bitte diese Metapher merken und zukünftig immer reflektieren bei den Postings im Vergleich zu einem Offline-Ladengeschäft. Ich habe noch etwas für euch dabei und zwar bekomme ich öfter die Frage, Calvin, welche Plattform macht denn auf Social Media überhaupt Sinn? Und dazu habe ich euch einen kleinen Überblick vorbereitet. Und mir geht es gar nicht so sehr um die Plattform selbst, sondern eher, was macht man dort auf dieser Plattform überhaupt? Nehmen wir jetzt einfach mal Facebook und Instagram. Facebook und Instagram nutzen die meisten wahrscheinlich von uns. Und bei Facebook und Instagram interessiert mich, wer bist du? Okay, dafür wurde diese Plattform gemacht. Das heißt, ihr braucht nicht direkt hier mit Business beginnen, sondern wie im Alltag auch. Mich interessiert zuerst mal, wer du bist. Wenn wir als Konsument diese Plattform nutzen, wollen wir erst mal nichts kaufen. Wir sind nicht da, um shoppen zu gehen, sondern um etwas zu erleben, um Menschen kennenzulernen. Das empfehle ich dir bei Facebook und Instagram. Es gibt aber auch andere Kanäle, wo man eher sagt, okay, da geht es jetzt weniger um die Person, da geht es vielmehr um das Wie. Das ist zum Beispiel YouTube. Dort habt ihr perfekt die Möglichkeit, eure Expertise zu zeigen, einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Also wie funktioniert etwas? YouTube ist weniger, um sich selbst darzustellen, auch wenn es dafür auch Formate gibt. Also perfekt, um zu zeigen, was ihr auf dem Kasten habt oder was ihr anbietet. Und da gibt es zum Beispiel Plattformen, die gehen einen Schritt weiter. Alles, was Richtung Live geht. Mega unterschätzt Twitch. Twitch, denken viele, das ist doch was für Gamer. Das sind doch nur die Zocker vertreten. Twitch ist eine mega starke Streaming- und Live-Plattform. Aber ihr könnt auch zum Beispiel nehmen Zoom oder Clubhouse, was jetzt rausgekommen ist. Und bei diesen Plattformen geht es darum, dass die Menschen dabei sein wollen. So wie jetzt. Wir wollen live dabei sein, gerade in der heutigen Zeit. Wir wollen nicht mehr nur etwas anschauen, sondern wir wollen es fühlen, wir wollen es erleben, wir wollen dabei sein. Also Live-Formate haben eine mega Zukunft. Gehen wir auf eine weitere Plattform, die ihr alle kennt. Nehmen wir jetzt mal LinkedIn. Was wird bei LinkedIn gemacht? Bei LinkedIn geht es Business. So, ich gehe auf LinkedIn, bekomme eine E-Mail, Angebot. Jemand will mir etwas anbieten. Und ich frage mich, okay, aber wer zum Geier bist du überhaupt? Wir kennen uns noch nicht mal. Also bei LinkedIn geht es schon rein, da wird Business gemacht. Und ich habe es schon gesagt, mir geht es noch gar nicht mal so sehr um die Plattform. Sondern schaut mal bitte, was gelb hinterlegt ist. Schaut mal, was gelb markiert ist. Und das ist der Leitfaden, wie ich empfehle, Social Media zu nutzen. Mich interessiert zuerst, wer bist du? Und wie machst du die Dinge? Besteht vielleicht mal die Möglichkeit, dass ich dabei sein kann? Und hey, wenn sich das gut anfühlt, dann können wir natürlich auch Business machen. So funktioniert meiner Meinung nach Social Media. Und ich versuche, das auszutricksen, indem man von hinten anfängt, Business machen. Und dann nach Möglichkeit automatisiert irgendein Webinar. Ja, da können Sie auch mal dabei sein und gucken, wie das abgeht. Aber ja, ich habe nichts gegen Webinare, nutze ich es selbst. Aber auf Social Media geht es immer zuerst um den Menschen. Okay? Also macht euch davon gerne ein Bild. Und ihr könnt dieses Motto, diesen Leitsatz, den könnt ihr natürlich auch gerne auf anderen Plattformen übertragen. Also ihr braucht nicht fünf verschiedene Plattformen. Ihr könnt das alle auch wunderbar mit einer Plattform nutzen. So, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Problem auf Social Media. Ja, Calvin, ich verstehe das alles, das ist super, aber bei mir kommentiert keiner. Ich brauche Interaktion. So, bei mir geht gar nichts. Tote Hose. Also, was sind deine Gedanken dazu, Calvin, die Interaktion zu steigern? Zuerst einmal solltest du reflektieren und schauen, dass deine Postings so aufgebaut sind, dass es einfach ist, eine Meinung zu schreiben. Das bedeutet, wenn du einen Statuspost machst, dass ich jetzt zum Beispiel bei Greater auf dem Festival präsentiere, was für eine Meinung kann man dazu haben? Ist es möglich, eine Meinung zu schreiben? Oder denkt man sich vielleicht, okay, das ist schön, aber ja, ich bin kein Speaker, was soll ich dazu jetzt schreiben? Wie auch immer. Also schau, dass ihr etwas postet, wo man auch eine Meinung dazu haben kann. Beziehungsweise sollte durchaus auch mal erkenntlich werden, dass die Meinung relevant ist. Manche Postings, die liest man und dann fragt man sich, ist da überhaupt meine Meinung interessiert? Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, geht in den privaten Dialog. Also denkt nicht nur in Kommentare, sondern macht auch mal so eine Ankündigung, wie, ach, wenn dich da noch weiteres interessiert, schreib mir mal eine Privatnachricht. Oder ich habe da auch noch eine Buchempfehlung, wenn dich das interessiert, schreib mir eine Privatnachricht. Also geht auf Nachrichten, auf die Nachrichtenfunktion. Das ist der Icebreaker. Und ich sehe schon der oder die ein oder andere von euch, die sagt ja, aber Calvin, das ist ja Arbeit, da muss ich ja mit den Leuten schreiben. So, komm mal nochmal zurück auf das Ladengeschäft. Du stehst in der Theke, jemand kommt zu dir, hat eine Frage, was machst du denn dann? Sagst du auch, Moment, langsam. Das ist ja Arbeit. Nee, nee. Ihr sollt doch automatisiert. Machst du ja auch nicht. Im Gegenteil. Du hoffst ja, dass jemand zu dir kommt und sich mit dir unterhält. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Okay? Also schaut, dass ihr immer wieder mal einen privaten Dialog forciert. Ein super Post, der auch immer gut funktioniert, ist, wenn ihr ihn eröffnet mit, ich habe da mal eine Frage an dich. Denn die meisten Social Media Postings, muss ich ehrlich sagen, da geht es meistens um uns selbst. So, ja, ich mache das, ich mache dies, habe jenes, habe das wieder erreicht, super. So, aber in dem Moment, wo ihr fragt, hey, ich habe eine Frage an dich. Auf einmal ist die Community im Mittelpunkt. Und das macht es für die Community attraktiv. Also eröffne mal einen Post, kannst du heute Abend noch probieren. Hey, ich habe mal eine Frage an dich. Und dann stellt ihr natürlich eine relevante Frage. Darauf aufbauend einen Post, der mindestens einmal im Monat sehr gut funktioniert, ist so eine Art Vorstellungsrunde. Okay? Indem ihr einfach mal fragt, wer seid ihr eigentlich? Wer folgt mir hier eigentlich? Was macht ihr beruflich? Woher kommt ihr? Also versucht, weniger nur über euch selbst zu posten, sondern bitte interessiert euch für die Community. Okay? Also im Prinzip geht es darum, je einfacher und emotionaler ein Post ist, umso mehr Interaktion. Und emotional wird ein Post immer dann, wenn man die Menschen mit einbezieht, wenn es menschlich wird und wenn man der Community eine Möglichkeit hat, ihre Gedanken zu posten. Okay? Und dann übrigens spricht auch nichts dagegen, wenn wir auch mal Geld verdienen wollen. Also wenn wir auch mal an Kunden kommen möchten über Social Media, mache ich auch, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich mache das alles nur zum Spaß. Also wie funktioniert Kundenakquise? Der wichtigste Wert, den ich schon seit Jahren versuche nach draußen zu tragen, was ich auch immer wieder coache, ist, schieße dich zuerst in das Herz und dann in den Geldbeutel. Erst geben, dann nehmen. Nochmal, das ist wie im Privaten, wenn du Menschen kennenlernst. Als erstes ist es deine Aufgabe, Sympathie zu entdecken, Gemeinsamkeit, Vertrauen und dann geht es erst in den nächsten Schritt. Und wenn ich manchmal sehe, wie man versucht, auf Social Media sich direkt in den Geldbeutel zu schießen, dann wird mir schlecht. Also erst in das Herz schießen, gnadenlos abliefern, bedingungslose Interessen an den Menschen, die dir folgen, Mühe reinstecken. Und danach kannst du auch sehr viel Geld verdienen, sorry. Danach kannst du richtig Geld scheffeln, aber schieße dich zuerst in das Herz deiner Community. Okay, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, vielleicht hast du es schon mal gehört. CLV, Customer Lifetime Value. Was ist ein Kunde über viele Jahre wert? Der kauft ja mehrfach. Ich habe das mal umgemünzt. In Community Lifetime Value. Also denke bei der Community immer langfristig. Hör auf, am Gras zu ziehen, in der Hoffnung, dass es schneller wächst. Gib der Community Zeit. Ansonsten verlierst du sie gnadenlos. Und eine loyale Community, und wir reden ja nicht von Tausenden, von ein paar wenigen, ist sehr, sehr viel wert. Und wenn du diese Tipps einhältst, gebe ich dir die Garantie, kannst du auch ohne Probleme an Kunden kommen. Und da habe ich etwas mitgebracht. Ich liebe dieses Wort Heißakquise. Das gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich hasse nämlich Kaltakquise, weil mir der Mumm fehlt, Menschen anzusprechen. In der Pause, ich wollte ein paar Referenten da draußen ansprechen. Ah, ich traue mich nicht. Für mich ist es unheimlich schwer, wenn noch kein Dialog da war. Aber Menschen, die dich schon kennen, das ist Heißakquise. Dieses Wort ist so geil, Heißakquise. Das heißt, du kennst irgendwann deine Community, und dann kannst du auch mal sagen, Mensch Heike, du warst jetzt schon öfter auf meinem Account, du hast echt keine schönen Bilder. Warum hast du mich nicht als Fotograf gebucht? Ich schieße dir ein paar tolle Bilder. Oder, Timo, warum bist du eigentlich noch nicht in meiner Academy? Woran hat es denn gelegen? Was habe ich denn falsch gemacht? Das ist Heißakquise. Und dann hört ihr meistens, ja, eigentlich stimmt, ja, hast du recht. Da gibt es niemanden, der sich beschwert. Die meisten bedanken sich sogar noch. Oder wisst ihr, was sie auch oft sagen? Ja, Calvin, aber eigentlich hätte ich ja lieber das und das. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Biete etwas an. Was es noch nicht gibt. Freunde, ich bin wirklich auch ein großer Fan von Positionierung. Aber in welcher Zeit leben wir denn gerade? Sollten wir nicht Möglichkeiten nutzen? Und ist es wirklich so, dass wir uns an das halten müssen, was auf einer Website steht? Was eine Berufsbezeichnung hergibt? Ich behaupte, gerade auf Social Media ist die Positionierung, da ist jemand, du hörst zu, du kannst helfen, du kannst unterstützen, inspirieren. Es macht dir Spaß, du bist dafür qualifiziert, let's do it. Es braucht nicht auf einer Website stehen, um anderen Menschen was anzubieten. Bleibt mal flexibel. Und vielleicht, wenn ihr gut zuhört, bietet ihr es ein paar Mal an und irgendwann landet es auf einer Website. Und ich kann das nicht verstehen, auch bei vielen Kollegen oder in der Branche, da wird so viel Potenzial in den Kommentaren. Da denke ich immer, wenn ihr es nicht anbietet, dann biete ich es halt an. Ist okay. Aber auf Social Media erfahrt ihr wunderbar, nach was gefragt wird. Also bitte Positionierung in der heutigen Zeit, nicht auf Social Media. Die Positionierung lautet, kann ich dir irgendwie helfen, let's do it. Okay? Etwas anbieten, was es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Und dann kommen wir zu dem Punkt. Brauchst du wirklich mehr Follower? Brauchst du wirklich mehr Reichweite? Brauchst du neue Follower, wenn die bisherigen noch nicht bedient sind? Nein, wirst du nicht brauchen. Und ich komme nochmal ganz kurz zurück auf das Beispiel mit dem Ladengeschäft. Und ich hätte gerne, dass du dir Folgendes vorstellst. Stell dir vor, du hast einen Laden, du stehst hinter der Theke und in deinem Laden sind ungefähr 10 bis 20 Personen. Die halten sich dort auf. Okay? Die schauen sich um und so weiter. Du greifst hinter die Ladentheke, holst einen Karton hoch mit einem Haufen Flyern. Okay? Werbeflyern. Gehst mit dem raus. Läufst an den 15 Personen vorbei. Gehst nach draußen auf die Straße und sagst, ich hätte gerne mehr Kunden. Hier, bitte kommt mal rein. Jetzt frage ich dich. Wie fühlen sich diese 15 bis 20 Personen, die schon da sind? Warum neue Follower, wenn die bisherigen noch nicht bedient sind? Und jedes Mal, wenn ihr öffentlich nach draußen schreit, ich brauche mehr Follower, ich hätte gerne mehr Reichweite. Was ist mit denen, die schon da sind? In meiner Welt ist es eine Unverschämtheit, nach Neuem zu verlangen, wenn man mit dem bisherigen noch nicht interagiert hat. Und da ist noch ganz, ganz viel Potenzial da. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein konnte. Ganz großen Respekt an Creator, dass Sie sowas auf die Beine stellen. Ich freue mich jetzt noch auf die nächsten Vorträge und werde sehr, sehr aufmerksam lauschen. In diesem Sinne, alles Gute für die Zukunft. Ich melde mich ab. Viel Spaß auf Social Media.